so hallo martin hier ich grüße euch noch mal ein aufruf ich habe einige videos gemacht ich werde mein erstes video hier unten verlinken und heute abend weil ich werde heute leider unterwegs sein werde ich versuchen die videos die ich bis jetzt bezüglich der klage gemacht habe jetzt zusammenzufügen weil ich auch wieder gesagt neue abonnenten bekommen das ist schön deswegen diejenigen die jetzt neu auf meinem kanal sind schaut euch die letzten ein zwei wochen meine videos an wie gesagt hier noch mal ein aufruf wir sind schon sehr sehr weit gekommen und wir haben auch schon mit der arbeit begonnen denn ich bin überzeugung dass wir das schaffen zusammen sind wir stark das ist tatsächlich so ich finde es echt super die links natürlich will ich auch noch mal hier runter geben es geht jetzt wirklich hier darum das wird jetzt nicht einfach nur so eine klage wo wir sagen alles ist doof und der ist doof und das ist doof sondern wir gehen da schon ins eingemachte ja und wir werden da also ganz auch intensiv die argumentation vor allem von herrn binding ja der jetzt hier als einziger weil herr scholz hat andere sachen zu tun ist ja unheimlich wichtig hier da draußen jetzt deswegen herr binding hat ja hier auch bei abgehörten watch einige antworten gegeben hauptsächlich interessiert ihn natürlich erstmal ja die polemik die über ihn jetzt beschrieben worden ist aber sachlich kriegt man von ihnen da auch jetzt nicht viele antworten und wenn wir antworten bekommen sind sie absolut ich muss sagen nicht nachvollziehbar sachlich total daneben und eigentlich sogar auch schon vielleicht bewusst natürlich hier falsch rüber gebracht der wird uns hier nicht in der vorm verarschen aber er will uns verarschen sage ich mal und wir müssen jetzt alle zusammenhalten ja sowohl cfd trader als auch die option scheinen option scheinen trader denn es ist jetzt hier scheinbar so dass das bmf schreiben so ist dass option scheine plötzlich nicht mehr termingeschäfte sind ja das ist natürlich entgegen der jegliche rechtsprechung ja jeglich aus der vergangenheit und auch das bgh hat gesagt hier das sind hier ganz ganz klar termingeschäfte was soll es denn auch anderes sein und es ist ganz klar natürlich dass die lobby hier ja einfluss genommen hat weil sie natürlich auch gemerkt haben das geschäft wäre dann am arsch ja nur deswegen kam ja von denen auch keine klage die brauchen keine klage die haben den herrn scholz ja in berlin direkt vor der tür das heißt wir kleinen müssen klagen ja denn das ist so willkürlich es geht hier gar nicht mal jetzt vielleicht sogar um einzelne gesetz und das ist völlig willkürlich ja herr binding hat oder denkt sie denken scheinbar sie haben hier die macht können alles machen ohne jetzt auch die grundgesetze mal anzuschauen oder in irgendeiner form sich berater zu holen die fachlich davon ahnung haben das interessiert dann solche menschen mit lothar benning oder scholz überhaupt nicht sondern wir sind alle zocker ja und wir sollen bestraft werden nämlich mit den dass die gewinne abgezogen werden und ich hab's schon mal gesagt das ist keine steuer sondern das ist tja ja was ist das das geld entzug aus dem system aus dem kapital aus dem aus dem broker konto denn du kannst ja keine steuer zahlen während des jahres wenn du ja gar nicht weißt ob du einen gewinnverlust hast die gängige praxis die wir natürlich auch bei deutschen brokern hatten ist auch schon sowieso fraglich gewesen ja wie kann man während des jahres einen gewinnabzug haben oder die gewinne hier sofort abgezogen bekommen das wäre sowieso auch schon rechtswidrig in dem fall war es aber so dass jeder verlusttrade dann auch wieder anerkannt worden ist deswegen hat sich das jetzt hier neutralisiert aber trotzdem hat der staat euch bei jedem gewinntrade bei den deutschen brokern ja kapital entzogen mit dem man eigentlich hier tradet weil eigentlich rechtlich weißt du ja gar nicht ob du einen gewinn oder verlust hast und zwar also unter einem jahr das geht gar nicht also das war schon rechtswidrig hat aber keiner dagegen geklagt weil es in der form keinen schaden gab am ende des jahres deswegen aber jetzt gibt es ihn denn der staat gerade bei deutschen brokern die die zehntausender grenze erreicht haben sagt so jeder gewinn da wird gleich der gewinn abgeschöpft so das heißt wenn du dann hin und her tradest sogar gewinne machst und paar mal verluste machst oder überhaupt keine verluste machst ist das geld einfach weg ich habe diese rechnung immer wieder hier gemacht du hast zwei trader deutscher broker alle haben schon die zehntausender grenze erreicht und glaubt ja nicht dass das viel ist ja also allein wenn du einen pairs trade machst wenn du jetzt hier was weiß ich münchen rück long allianz short gehst da du dich bissl hedgen möchtest ähm ist das ganze ganz schnell mit zehntausend ganz schnell weg obwohl du realistisch kein gewinn hast vielleicht oder nur einen ganz kleinen gewinn oder verlust aber es wird ja beides separat bereichnet das heißt mit dem einen hast du zehntausend gewinn mit dem anderen hast du zehntausend verlust und dann äh ist die sache dann hier problematisch denn wie gesagt machst du dann weiter wir beide traden jeder von uns hat zehntausend ich verliere an dich zehntausend prima du kriegst aber nur äh ich verliere an dich tausend du kriegst aber nur 900 äh entschuldigung 750 warum 250 ich hab's aufgerundert geht an Herrn Scholz und wenn du jetzt wieder tausend an mich verlierst da krieg ich auch nicht deine tausend also das heißt wenn wir ständig hin und her traden dann haben wir in ungefähr nach 10 trades kein Geld obwohl wir keinen gewinn und keinen verlust hatten ja und äh das hat natürlich mit Gerechtigkeit und in irgendwelchen Sachen überhaupt nichts zu tun das ist das Diebstahl in der Form es ist natürlich strafrechtlich äh nicht leicht oder eigentlich kann man da nichts wahrscheinlich machen das bringt auch nichts deswegen müssen wir trotzdem das Gesetz hier angreifen und es bleibt eigentlich nur der Weg ich denke dass das Verfassungsrecht diese einfache Beispiele dann versteht ja die sind so das heißt am Jahresende braucht ihr auch keine Steuererklärung machen ja in der Form wenn man weiter tradet und auch alle ganzen Optionsstrategien und so mit Butterflies Absicherungsstrategien geht alles nicht mehr sondern das heißt es werden sogar die Zocker die Herr Binding ja so verflucht dieser böse böse diese bösen bösen ne Zocker ähm ist es so den Zockern ist es sowieso egal ob sie es mit Aktien machen oder mit Derivaten ne die werden dann halt in die Aktien gehen das ist ja interessanterweise auch das was Herr Scholz hier verbieten wollte ne oder erschweren wollte dass die Aktien hier zum Daytraden hier benutzt werden sondern mehr als Anlage deswegen auch die Steuer aber Daytrader sind ja da eh ausgenommen weil es ist ja erst am Tagesende wenn du die Aktien hältst dass du die äh Dingssteuer wie heißt es ich hab schon wieder vergessen ne zahlst wenn du nämlich Daytradest nicht also ähm ähm gehen die Zocker die sowieso zocken wollen in die Aktien diejenigen die sich aber absichern wollen ihr Depot die sind gezwungen sozusagen noch die übrigen Strategien zu machen die eigentlich ein hohes Risiko bergen ja also schwach sind mal 100.000 ungefähr gehören eigentlich alle eingesperrt muss man schon sagen äh nicht wegen Gesetz sondern allein schon von der Logik her das das dass man so mit Halbsachen hier rumhantiert und versucht hier Deutschland nach vorne zu bringen äh eigenverantwortliches Handeln äh also praktisch hier Renten aufbauen et cetera das sind wir also ich glaub da waren wir vor 20 Jahren näher dran als jetzt wir entfernen uns mit gigantischer Geschwindigkeit von diesem Ziel und das sehen wir nicht ein deswegen wie gesagt ähm schön mitmachen jeder bekommt natürlich eine Quittung dass es alles für den Anwalt geht äh das zweite ist ähm natürlich gibt ich auch Webinare die werde ich dann noch bekannt geben gibt mir vielleicht nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage äh wichtig ist dass wir hier starten wenn der Anwalt von mir den ganzen Input hat dann kann er 1, 2 Wochen intensiv arbeiten dann hab ich ein bisschen Zeit und guck mal vielleicht dass wir nächste Woche mal so eine Webinar Reihe starten und da ist sicherlich für jeden was dabei das garantiere ich und ich habe jetzt schon auch im Hintergrund im Hintergrund 1, 2 Trader am Laufen die vielleicht dann gemeinsam mit mir was machen also dürft ihr euch freuen es ist alles eine Win-Win es finde ich eine tolle Aktion die hat man nur einmal im Leben ihr spendet was ihr könnt auch 10 Euro sind willkommen ich lasse mich auch für diejenigen die wenig spenden können aber wollen auch irgendwas einfallen dass ihr ein schönes Dankeschön bekommt und diejenigen die sagen ich kann mir ein bisschen leisten seid ein bisschen großzügiger bis 200 habe ich erstmal gesagt mehr nicht ja dann bekommt ihr eben entsprechende Webinar sehr guten Inhalt sehr gutes Tauschgeschäft Win-Win und da haben wir alle was davon und so vielleicht auch die etwas leicht stärkeren finanziell können dann auch ein bisschen ausgleichen und Sinn und Zweck der Anstellung ist nicht dass man kein Geld hat sondern ich möchte das Risiko der Einzelnen gering halten warum soll jemand oder 2, 3 Leute hier 10, 15 oder irgendwas riskieren ja es ist zwar schön aber es ist trotzdem halt auch schmerzliches Geld wenn es es ist halt so aber ich denke 100er oder 2 dafür dass er auch noch Webinare kriegt ist das verschmerzbar und das zweite ist erreichen tun wir sowieso was ja weil es wird viel geredet und der Derivatenband sicherlich in allen Ehren tut hier macht hier schon Gespräche aber glaubt mir Herr Binding der ist ein ganz ganz besessener und verbissener Mensch der uns hundertprozentig wenn wir ihnen jetzt nicht hier die Stirn bieten wieder ein Ei reinlegen wird nächstes Jahr die werden keine Ruhe geben ok 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 ok